Bitte, bitte bleiben Sie ganz ruhig. Hey, das können diese Penner doch nicht machen. Ich muss bezahlen, es ist in Ordnung so. Nein, das ist es nicht. Pfoten weg! Was machst du da? Oh mein Gott! Das war furchtbar dumm von Ihnen. Aber warum? Ich werde jetzt große Schwierigkeiten bekommen. Aber ich habe es getan, Sie haben nur zugesehen. Freddy Lee ist das egal. Und sehen Sie doch nur, was Sie aus meinem Laden gemacht haben. Was sollte ich Ihrer Meinung nach tun? Die das Geld wegnehmen lassen? Ja! Ich werde Onkelzern erzählen, was Sie getan haben. Sie verstehen das einfach nicht. Ja! Ja! Haben Sie die Lebensmittel? Ja, sie hat alles eingepackt. Gut. Hey, hey, hey! Was ist Bruder? Red schon! Bleibst du, kommst du mit? Was machst du? Ich habe nicht viel Zeit! Er bleibt eine Weile. Wir haben sehr viel zu diskutieren. Taylor! Glaub ja nicht, dass ich eine Sekunde länger bleibe als nötig. Also, Kleiner, pass auf, dass er dir nicht die Knochen bricht. Ich habe eine Verabredung unten in der Stadt. Und, äh, ich wette, dass du das bereust. Denk an meine Worte. Keine Chance. Kommen Sie herein. Wiedersehen. Ich habe Trainingskleidung für Sie. Oh, gut. Hier, ziehen Sie das an. W?-S sanct. W-Also, ungewandeln. Wir wissen es, die Erw in den Jungen-Lин-Masch. Wir haben die G-Fo-Line. Wir haben die G-Fo-Line. Es zu einem Wasser. Wir geben Sieg-Line. Wir müssen das einfach nur noch ein bisschen die Zirn. Wir brauchen uns für Sieg-Line. Wir haben mich, aber wir segen Sieg-Line. Das war's für heute. Die Atmung geht tief hinunter. Atme aus bei der Anstrengung. Wenn du einatmest, schützt du dich. Wenn du das erst einmal richtig beherrschst und du es kannst, dann hast du die Grundlage. Ah! Bist du bereit, mein Freund? Nicht bereit. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.